Lass es geschehen YouTube, neue Runde MW3, Abschluss bestätigen auf Terminal mit in the line. Bestätigen! Sexy verpackt und... Sexy? Ach scheiße, jetzt hab ich die falsche Instagram mitgenommen. Hab ich jetzt die richtige mitgenommen? Unterstützer? Ja, hab ich. Egal. I have the right package. Ich nicht. Da vorne ist jemand... Da vorne war jemand. Da vorne war auch jemand. Ich möchte ein Glücksbärschi sein. Au, von hinten. Von hinten? Ja, that's what she said, ich weiß. So, ich hab mal die MK14 eingepackt. Hast du mit der schon mal gespielt? Ist die gut? Einzelfeuer, ne? Ach! Ey, manchmal gucken die Leute nicht zu dir, aber töten dich trotzdem. Von oben. Westlich. Alter, da campen voll viele, man. Wo denn? Da drüben. Warte, ich mach mal schnell einen Einstieg hier. Verbündete Predator-Drohne im Anschluss. Ach. Jetzt wieder die Noob-Klasse mit. Alter, der Typ, der hier mit seiner Akimbo rumläuft. Hast du das... Noobig, ey. Abschuss bestätigt. Ja, 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 ja. Komm. Reload. Nein, nein, nein. Pass auf, der ist noch da. Ist jetzt weg. Ja, ich hab Assist gekriegt. Nein. Hinten kommt einer. Ich hab ihn. Nein, da hat mich ein anderer gekriegt, aber ich hab hier den... Nein! Ich hasse Leute, die an der Dings warten, an so einem Schnelleinstieg eine Stunde. Ja, pass auf. Da hab ich fast nicht gesehen. Ja, ja, der wollte ich dir eigentlich sagen. Ich hab jetzt meine eigene Marke wieder gekriegt. 250 Punkte, Alter. Die eigene Marke, Mann. Das muss man sich mal geben, du. Jüngchen. Mein Jüngi. Alter, wie sie auch alle stehen bleiben, man. Bewegt euch doch mal, Alter. Stehen da schön hinter der Deckung. Hopp. Marke holen. So, Aufklärungsdrohne bereit. Wir haben ja noch keine. Oh, bei dir war einer. Okay, von hinten kommt auch gleich wieder einer. Warte mal. Ich hab keine Muni mehr. Mal die Striker mit. Ist die gut? Alter, Doppelabschuss. Nice. Ja, da hast du beide Dog-Tags was zugekriegt, ne? Ja. Ich mein, den... Irgendjemand schießt auf uns. Irgendein Dreck-Sniper, glaube ich. Alter. Alter, was ist denn da los? Ach, ist das ein Lutscher. Ja, wieder dieses Schmuchtel wartet an dem Dings. Ja, ja, die campen da in diesem... Check-In-Bereich. Warte mal, ich weiß jetzt, wo dieser eine Wichser ist. Ach, scheiße. Hat sich der Pisser wieder wegbewegt, Alter. Ja, der eine lag da und der andere... Ja, das ist halt immer... Weißt du, Sniper sein, weißt du, aber dann kein Quickscope beherrschen. Und dann nur irgendwie so einen auf schwul machen und irgendwo in der Ecke sitzen, also... Das ist schon echt schlecht. Ah, da oben ist einer. Hab ihn voll gehittet. Alter, liegt er da am Boden, die Ratte, Mann. Und der Nächste ist weg, Alter. Ah, der Nächste ist weg. Ach, scheiße. Jetzt hab ich mich schon extra hingewiesen. Ah, goddammit. Alter, der kommt ja mit der Striker so weit nach vorne. Krass. Ich hab mal ne Granate geworfen. Ne Granate. Ich hab's Gefühl, die sind auch ungefähr dreimal so schnell wie ich. Alter. Hier sitzt einer in der Ecke, Mann. Hast du den nicht gesehen? Ne, hab ich nicht. Muss mich... Ich hab ihn. Hat der mich mit der Striker weggenommen? Ja, normal. Wenn der auf Nahkampf kommt, was willst du dagegen machen? Ja, gar nichts. Doch, sterben. Alter, schon wieder dieser Sandstorm, ey. Von dem krieg ich Krebs, Alter. Pass auf, da muss einer gleich durch den Gang kommen. Ne, der Winkel war kacke, glaube ich. Ja, der Winkel war... Jo, ich hab ihn. Ja? Fernlenkgeschütz einsatzbereit. Ich baue das mal hier in die Ecke. So, das Fernlenkgeschütz macht ja alles von alleine. Dann soll es das auch tun. Da liegt er schon wieder in der Ecke, der Wichser. Ach, Akimbo. Krebs, Mist. Ich hab den einen, aber dann hat mich wieder irgendein Typ, der nur in der Ecke liegt. Oh, ist das schlecht, Alter. Der liegt da hinter so einem Fenster und ist nur da am Liegen. Oh Gott, ey. So, ich hab auch Fernlenkgeschütz. Wehe, ist niemand. Doch, da drüben ist einer. Alter, was nutzt denn da so rum? Dein Geschütz, oder was? Ja, ja. Ich mach ein bisschen Sperrfeuer. Geht das nach einer Weile selbst kaputt, oder wie ist das? Ja, das können... Äh, Leute können das kaputt messern. Alter, dieser Typ, ne? Ey, der regt mich so auf, Mann. Wenn der Typ nur in der Ecke sitzt, ich krieg so Zahnbelag von dem Typen, ne? Ja, Sandstorm, Alter. Mach was anderes. Komm. Jetzt ein Elf. Hier kommt gar keiner, wo ich bin. Beweg dich, Alter. Move your ass, bitch. Pass auf. Wie weit hat denn... Was hat die denn für eine Reichweite, die Rakete, Alter? Was ist geht denn da, Mann? Au, von rechts. Ich hab ihn. Ich hab Luftschlag. Warte mal. Da sitzt der Sniper auf dem... Ja, ich mach jetzt... Ich hab jetzt Luftschlag gemacht. Jetzt kommt der. Draußen, ja? Alter, schon wieder ein Camper. Dieser Typ, Diabolik, ne, Will, ist nur am rumcampen. Doppelabschluss hab ich gekriegt durch das. Da liegt deine Ecke. Was? Was? Alter, ich hab diesen Diabolik zweimal gemessert. Zwei Mal hab ich ihn gemessert. Und er ist nicht gestorben. Er ist nicht gestorben, Alter. Alter, was war das denn, Mann? Entweder das war ein Knife-Fail von mir, Alter, oder... Und jetzt hat das Messern aber geklappt, Alter. Ich wollt grad sagen, Alter. Ich wollt grad sagen, ey. Ich kann auch nicht kurz sproben, wie man gerade sieht. Oh, dieser Diabolik mit seiner Akimbo, Alter. Boah, Junge. Bitte lern spielen, Alter. Ab und zu mal Akimbo benutzen, okay. Aber non-stop wirklich nur mit Akimbo hier rumzulaufen, ist echt armselig, Alter. Das geht echt nicht davon kriegen. Dass denen das auch nicht langweilig wird, ne? Fuck. Was? Oh, Mann, ey. Das ist echt nicht normal, Alter. Diese Sniper, die liegen nur an irgendeiner Ecke rum, ey. Ich hoffe, Sniper kriegen irgendwann Krebs. Ja, doch, vorm Rumliegen. Keiner hat einen Abschuss. Ich glaub, es gibt keinen letzten Abschuss, oder? Ne, wir haben einfach... Doch. Doch, gibt's. Ist auch so ein Rumcamper aus unserem Team. Ja, von da, von der Position aus. Das ist doch auch gammelig. Bis zur nächsten Runde, würd ich sagen. 18-16. Tschüss. Tschüss.